Wer anderen eine Bratwurst brät, hat meist ein Bratwurstbratgerät. Wer anderen das Bratwurstbratgerät zersägt, hat ein Bratwurstbratgerät zersägt dirät. Ja, ohne Bratwurstbratgerät wird die Bratwurst nicht getät. Bis sie auf einer Seite verbrät, dann ist es sowieso zu spät. Darum kaufe lieber ein neues Bratwurstbratgerät. Wer anderen eine Bratwurst brät, hat meist ein Bratwurstbratgerät. Wer anderen das Bratwurstbratgerät zersägt, hat ein Bratwurstbratgerät zersägt dirät. Ja, ohne Bratwurstbratgerät wird die Bratwurst nicht getät. Bis sie auf einer Seite verbrät, dann ist es sowieso zu spät. Darum kaufe lieber ein neues Bratwurstbratgerät. Wer anderen das Bratwurstbratgerät zersägt, hat ein Bratwurstbratgerät. Zersägt dirät, ja, ohne Bratwurstbratgerät wird die Bratwurst nicht getät. Bis sie auf einer Seite verbrät, dann ist es sowieso zu spät. Darum kaufe lieber ein neues Bratwurstbratgerät. Wenn man sich beim Kauf eines neuen Bratwurstbratgeräts beraten rät, achte darauf, dass das Bratwurstbratgerät künftig sägeresistent brät, damit niemand das neue Bratwurstbratgerät erneut zersägt. Bis so. Und dann. Vielen Dank.